Diese Übung mit langen Stecken ist einfach, man kann auch gewöhnliche Besenstiele hernehmen und macht Jugendlichen auch schon Spaß. Auf drei lassen wir den Stab los und schnappen uns im Vorwärtsgehen den von der Vorderfrau. Eins, zwei, drei, 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 eins, zwei, drei. Ist schwieriger, auch wenn die Stäbe kleiner sind, kann man viele Variationen machen, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank.